Ein ganz besonderes Highlight waren die Tage im The Farm Studio. The Farm ist das Studio, in dem alle relevanten Alben von Genesis und Phil Collins entstanden sind. Genesis-Gitarrist Mike Rutherford hat mir die Räumlichkeiten freundlicherweise zur Verfügung gestellt, sodass ich hier mit Gary Wallace zusammen Schlagzeug aufnehmen konnte. Alleine die schon fast antike Sammlung von analogen Synthesizern hat mir eine Gänsehaut beschert. Der gefließte und mit Steinwänden ausgerüstete Aufnahmeraum sorgt für einen atemberaubenden Schlagzeugsound, der, wenn man ihn richtig aufnimmt, eine wirklich ganz unfassbare Präsenz hat. Welcher ist das? Das ist der höheren Ton, ja. Das ist die Höhe von der Seite, ja. Mach das andere. Ja. Okay, so etwas? Die Marken sind okay, oder? Ah, okay, ich habe nichts mehr. Ich werde die Kabel überlegen. Okay, willst du den Rest testen? Nichts. Okay, dann gehen wir. Gary Wallace hat lange bei Pink Floyd Schlagzeug und Percussion gespielt und wird auch bei der nächsten Chiller Arena Tour mit dabei sein. Das war mir eine große Ehre, gemeinsam mit dem langjährigen Genesis, Auch die Musik, bevor ich es nicht räumt, Und deEuropa in meiner Sicht ist einfach ein bisschen Associatedrasse. Ja, bin ich auch immer wieder im έ Heming. Und hier in Papa mit dem Johannes Christoph dient. Das war mir eine große Ehre, gemeinsam mit dem langjährigen Genesis Produzenten Nick Davis, bis tief in die Nacht hinein am Mischpur zu arbeiten. Als Teenager habe ich den Song Mama von Genesis gefühlte hundertmal am Tag gehört und jetzt hier aufnehmen zu können, da wo dieser Song entstanden ist, das hat auf jeden Fall unvergessliche Momente bereitet. Bis zum nächsten Mal.